Überlebe Sturmphasen, während du eine epische oder höhere Waffe trägst. Eigentlich sehr, sehr leicht die Aufgabe. Mein Tipp hier an der Stelle wäre, und ihr seht es hier bei mir, ich fliege wieder zu Greasy und zum Guaco NPC und kaufe mir dort jetzt gleich die Faustfeuerwaffe, die Pistole. Die ist mythisch und kostet nur 60. Also du kannst dich natürlich auf die Suche begeben und irgendwo irgendwas holen. Du kannst dir auch den Netzschießer zum Beispiel suchen und so weiter und so fort. Aber hiermit geht es ja auch sehr, sehr leicht. Aus dem Battle Bus direkt dort abspringen und abnehmen. Und dann hast du ja schon in einer Runde 1, 2, 3 Phasen erreicht. Du kannst aber auch eine weitere Runde starten, machst das ganze Spiel nochmal. Das kumuliert, also addiert sich und rechnet sich zusammen. Vier Phasen müsst ihr bestehen. Wenn es euch passt, haut gerne ein Like rein und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis gleich.